Was hast du hier zu suchen? Ah, du musst also der neue König sein. Aber du bist keine meiner Wachen. Was willst du? Dich näher kennenlernen. Diese Waffen? Aber wie? Als König von Luzis dürftest du die Antwort selbst kennen. Oh, du bist Atagium. So, Zeit, die Linie der Luzis zu beenden. Hör mich an, Atagium. Ich verwande dich auf immer und ewig. In deinen Ladern, du bist lecker, wie du meinst. Du bist ein bisschen schmerz. Geh hin. Geh hin. Geh hin. Wo ist das? Geh hin. mit der Kampfgeist. Ich halte dich auf. Dieses Wesen auf. Es ist zu stark. Es muss verliegen. Versuch es doch. Er hält sich zurück. Oh nein! Nein! Keine! Was ist so kass? Du schenkst nur einen Schreckte Anfall zu machen... Keine Frage. Ich kämpfe bis du verwandt bist. Oh, die Jugend von heute. So schwach und auch so selbstbewusst. Kiep auf! Stern! Keine Scheiße! Hältst du das aus? Kiep auf! Kiep auf! Kiep auf! Kiep auf! Hältst du das aus? Kiep auf! Mademus! Kiep auf! Kiep auf! Kiep auf! Kiep auf! Kiep auf! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Ich bin so ein Schuss, ich bin so ein Schuss. Ich bin so ein Schuss. Hier bin ich. Ich bin so ein Schuss. Das beschädigt mir. Ohahaha. Was ist? Es ist noch nicht vorbei. Du hast dort schließlich noch den Alten Wall. Aber woher? Im Alten Wall ruhen die Seelen der Könige von Luzis. Würdest du sie bitte für mich rufen? Komm schon, stell dich bitte nicht so an. Ich möchte nun nicht reden. Und zwar mit dem ersten König von Luzis. Wo bleibst du, Somnus? Wenn du noch lange brauchst, ist der hier... ...dass ich den Halt. Ist er tot? Ah, Mist. Ich hab es wohl übertrieben. Ich hab es wohl übertrieben. Somnus. Lange nicht gesehen. Geh auf! Lange nicht gesehen. Diese Kraft! Woher nimmt dieses Monster der Finsternis eine Kraft? Ich habe die richtige Einschneidung getroffen. Du bist tatsächlich nicht mehr als ein Monster. Ich habe die richtige Einschneidung getroffen. Ich habe die richtige Einschneidung getroffen. Ich habe die richtige Einschneidung getroffen. Sie beteten dich an. Ah, da. Hab ich's doch gern nutzen. Ich wurde nicht gesetzt. Und ich hatte keinen. Ich wohne nicht mehr an. Darum... Da schon kannst du dir anzunehmen. Da hast du meine Zufu. Gib auf! Hey! 날shot mich. Ich bin vor allem. Ich bin vor allem. Ich bin vor allem. Sieh an, Sieh an! Hä? Sieh an, Sieh an! Sieh an, Sieh an! Als ich erwähnt habe, und der Luft schweigte, erhielt ich meine Stimme vor. Und mir wurde klar, sicher, wir sind alle in Ordnung. Dass du niemals hättest König werden können! Aussehen nicht als auch du hast gesündigt! Und hier bin ich! Hier bin ich! Hier bin ich! Hier bin ich! Moral? Dann kann ich! Ich weiß nicht, dass du alle in Ordnung hast! Hier bin ich! Ich- Und ich bin! Wir wissen nicht! Untertitelung. BR 2018 Untertitelung des ZDF, 2020